Hier im Kinderland gibt es super viele Sachen zu sehen und zu machen, wie ihr seht. Ich werde euch mal alles zeigen. Ich habe nämlich hier eine Kamera auf dem Kopf und ich laufe mal überall rum und zeige euch, was es hier alles so gibt. Geht das schon? Sie haben noch Spaß hier, oder? Das ist total nett, aber aufregend. Wir haben hier im Boot Kinderland eine ganze Menge. Und zwar haben wir unser riesengroßes Hüpf, oder unsere riesengroße Hüpfburg. 16 Meter ist die groß in Form dieses tollen Piratenschiffes. Und unser riesengroßes Highlight bereits zum dritten Mal hier in der Halle 13, unser Surf-Simulator. Wer es länger schafft, als eine Minute hier drauf stehen zu bleiben, bekommt sogar ein Eis oder als Trostpreis eine Tüte Popcorn. Also das ist doch ein super Schoßpreis. Ich habe auch schon, wie ihr gesehen habt, ein bisschen was davon genascht. Ich danke dir und ich würde sagen, liebe Kinder, herzlich willkommen, oder ihr seid herzlich willkommen hier im Kinderland in Halle 13. Boot Düsseldorf. 360 Grad Wassersport erleben.